Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aktienanalyse und heute einmal mit einem Unternehmen, was meines Erachtens sehr stark unterbewertet ist. Ich wollte das Ganze auch eigentlich für mein eigenes Portfolio kaufen. Das Ganze ist aber leider nur über die Börse von Singapur handelbar und eigentlich bietet mein Broker das auch an, aber das Ganze ist dann doch irgendwo nicht zustande gekommen. Zumindest kann ich die Aktie jetzt leider nicht kaufen. Bedeutet, ich habe jetzt keinen direkten Interessenskonflikt, aber ich habe natürlich eine positive Voreinstellung gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Und dementsprechend wollen wir da Ganze einmal drüber sprechen. Vorab schon mal, das Ganze stellt keine Anlage oder keine Finanzberatung dar, deswegen mach bitte deine eigene Analysen. Auch wenn man jetzt hier schon einige Zahlen sieht, weswegen ich das Unternehmen per se an für sich sehr, sehr schön finde, werden wir gleich im späteren Verlauf auch direkt sehen. Zumindest im ersten Schritt müssen wir uns wieder vorstellen, dass wir das gesamte Unternehmen aufkaufen und bei Aktiengesellschaften ist das relativ einfach. Wir müssen einfach alle ausstehenden Aktien aufkaufen. Und würden wir das theoretisch zu dem aktuellen Preis von 45 Cent tun, würden wir insgesamt für das Unternehmen 70,7 Millionen Euro bezahlen. Die Anzahl der Aktien hat sich innerhalb der letzten Jahre nicht verändert, was erstmal positiv aufgefasst werden kann. Und sie schüttende Dividende in Höhe von 2,7 Cent aus, was nach momentan Rendite von 6 Prozent entsprechen würde. Der operative Geschäftsbereich ist jetzt nichts Extravagantes. Das hat man aber leider selten bei sehr stark unterbewerteten Aktien. Und erstmal sehen wir hier oben den Umsatz bzw. das Wachstum. Und wir sehen, dass wir vor Corona noch Wachstum vorliegen hatten, auch wenn das hier durch die negative Free Cash Lomage zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass man dort ins eigene Unternehmen investiert hat. Dann hat natürlich Corona eingesetzt und in 2021 haben wir zum Teil die Erholung gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir auch im Geschäftsjahr 2022 noch nicht die vollständige Erholung sehen, sondern erst im Geschäftsjahr 2023. Hat den Hintergrund, der meiste Umsatz, ich glaube 80 oder 70 Prozent und dann auch damit verbunden, die Gewinne wird im Hauptland China im Endeffekt erzielt. Und in der Sekunde, wo sie jetzt am Anfang des Jahres von der Zero-Covid-Politik abgetreten sind, dass wir keine Massen-Lockdowns mehr haben, weswegen Lieferketten gestört werden, was halt den Export erhöhen sollte. Und zeitgleich sollte die Nachfrage innerhalb des Landes nach oben gehen, was halt in beiden Fällen dazu führt, dass Verpackungsmaterialien mehr nachgefragt werden. Dennoch können wir auch feststellen, dass wir hier in einem sehr, sehr heiß umkämpften Markt sind, weswegen die Gewinnmargen auch sehr gering ausfallen. Wir haben hier irgendwo eine Range zwischen 5 und 8 Prozent. Prinzipiell würde ich das irgendwo langfristig bei ungefähr 6 Prozent einordnen, wenn ich ganz konservativ wäre, sogar noch etwas weiter darunter. Bezüglich des Free-Cash-Lows sehen wir, wie gesagt, dass wir hier noch zum Teil in uns selbst investieren. Das ist aber auch normal bei einem Unternehmen dieser Größe. Langfristig gesehen würde ich den Free-Cash-Low irgendwo vermutlich bei 4-3 Prozent einordnen, also zumindest unterhalb der Gewinnmarge, weil einfach das Unternehmen weiterhin in sich selbst investiert. Wir aber auch zwischenzeitlich einfach mal Jahre haben, wo wir so gesehen einfach das Geld erstmal wieder einsammeln, um dann in einem späteren Zeitpunkt zu investieren. Und nimmt man den Gewinn aus dem letzten Jahr und setzt den hier oben ins Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis, kommen wir damit auf ein KGV von 4, was im Endeffekt einfach übersetzt bedeutet, wenn wir wirklich das Gesamtunternehmen kaufen würden, müssten wir die nächsten vier Jahre genau den gleichen Gewinn erzielen und wir hätten schon unseren gesamten Kaufpreis so gesehen refinanziert beziehungsweise gerechtfertigt. Weswegen ich das Unternehmen aber so toll finde, sehen wir dann einmal in der finanziellen Position und dazu müssen wir einmal über das Umlaufvermögen sprechen. Umlaufvermögen ist das gleiche wie kurzfristige Vermögenswerte, stellt genau das gleiche dar. Nicht, dass jemand nachher verwirrt ist, wenn ich die Äquivalent nutzen sollte, weil es im Endeffekt auch das gleiche ist. Zumindest innerhalb des Umlaufvermögens ist natürlich einerseits Cash und Cash-Äquivalente, wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, aber auch zum Beispiel manchmal Aktien, die man an anderen Unternehmen besitzt, enthalten und des Weiteren auch weitere Positionen, wovon man ausgeht, dass man die innerhalb des nächsten Jahresproblemen zu Cash umwandeln kann, ohne dass sie hier oben Auswirkungen großartig auf Umsatz und Gewinne hätten. Heißt, ich kann jetzt nicht meine Maschinen und meine Produktionshallen und Ähnliches veräußern, weil dann habe ich einen negativen Einfluss auf Umsatz und Gewinne. Dementsprechend ist dort noch enthalten, sowas wie Inventare. Heißt, wenn Apple noch 50 iPhones im Lager rumliegen hat, dann gehen die davon aus, dass sie die innerhalb des nächsten Jahres problemlos für den aktuellen Preis auch verkauft kriegen und berechnen das dann halt auch mit in das Umlaufvermögen beziehungsweise die kurzfristigen Vermögenswerte mit ein. Des Weiteren, und das ist so eine kleine Besonderheit bei Unternehmen, man liefert im Endeffekt erst und je nachdem, wie die Vertragsdetails sind, wird halt drei Monate oder sechs Monate meistens später irgendwann gezahlt. Bedeutet, Apple verschickt jede Menge iPhones erstmal an Saturn und verschiedene Handyshops, ohne dass die erstmal in Vorabkasse bezahlt werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt meistens, wenn die Shops sogar die Sachen schon verkauft haben, erst dann bezahlt der Shop dann wirklich das iPhone. Und das nennt sich Trades and Other Receivables, ist aber auch dann auch innerhalb des Umlaufvermögens beziehungsweise der kurzfristigen Vermögenswerte dann enthalten. Und ja, innerhalb der internationalen Standardregelrechte für Bilanzen und Sonstiges darf man das nicht als Cash bezeichnen. Meines Erachtens, ich behandle das sehr häufig wie Cash, weil natürlich können Unternehmen ihre Schuldendienste nicht erbringen und können irgendwann in die Insolvenz gehen. Dann kriege ich aber zumindest einen Teilerlös der Liquidationserlöse und das ist jetzt nicht ganz so häufig, was vorkommt. Und natürlich können auch die Preise für Wellpappe schwanken, weswegen momentan der Preis für Wellpappe morgen einbrechen könnte und das Inventar, der Preis, der da drin steht, nur noch die Hälfte ist. Das kann natürlich passieren. Prinzipiell würde ich aber einfach logischer halber jetzt einfach davon ausgehen, dass es Cash, was wir irgendwann safe in der Zukunft kriegen, weil, wie gesagt, die Schuldner werden in den meisten Fällen zahlen und der Preis, der für Wellpappe ausgelegt ist, wenn wir uns anschauen, wie die Holzpreise sich entwickeln, gehe ich nicht davon aus, dass der Preis sich dort morgen deutlich nach unten korrigieren sollte. Deswegen rechnen wir jetzt so gesehen mit den 175 Millionen Euro und würden damit kurz- und langfristige Schulden zurückzahlen, kommen wir damit nämlich auf das Netto-Umlaufvermögen. Und hierbei sehen wir, dass wir 73 Millionen Euro noch übrig haben. Schauen wir uns nochmal an, wie hoch der Gesamtkaufpreis des Unternehmens war. Und haben wir knapp 71 Millionen Euro dafür ausgegeben. In der Sekunde, wo wir ein gesamtes Unternehmen übernehmen, können wir im Endeffekt tun und lassen, was wir wollen mit dem Unternehmen. Und das bedeutet, ich würde damit mir die komplette Netto-Umlaufvermögen-Cash-Position so gesehen auszahlen lassen und hätte, ohne dass das Unternehmen irgendeinen Umsatz und Gewinn noch erzielt mit ihren Maschinen, hätte ich schon mal mindestens zwei Millionen Euro plus so gesehen erst mal gemacht. Und dann habe ich natürlich noch zwei weitere Möglichkeiten mit dem Unternehmen. Entweder ich lasse es in der Zukunft dann Umsätze und Gewinne für mich produzieren, um die dann auch weiterhin aus dem Unternehmen herausziehen zu können. Oder aber ich sage, ich habe gar keine Lust auf das Unternehmen und nehme die ganzen Maschinen, die ganzen Produktionszahlen und sage, die möchte ich verkaufen. Meistens kriegt man nicht das, was in den Bilanzen so gesehen drinsteht. Ansonsten werden sehr, sehr viele Unternehmen sehr unterbewertet. Wir rechnen jetzt aber mal einfach damit, wir kriegen 30 Prozent des Wertes innerhalb der langfristigen Vermögenswerte. Würde bei 60 Millionen nochmal 20 Millionen plus obendrauf bedeuten. Heißt, ich würde aus dem Unternehmen herausgehen oder würde das kaufen, würde es innerhalb von einem halben Jahr komplett zu Cash machen und würde hier schon mal mit ein paar Millionen plus im Endeffekt herausgehen. Ich prinzipiell würde die erste Variante entscheiden, einfach weil das Unternehmen momentan auch immer noch sehr, sehr profitabel arbeitet, auch wenn die Gewinnmarge sehr gering hier ausfallen sollte. Ja, und normalerweise kommen wir jetzt zu unserem Analyse-Tool, wo wir verschiedene Prognosen eintragen, um den fairen Wert der Aktionär zu bestimmen. Und wir sehen jetzt schon alleine nur durch das netto Umlaufvermögen, dass der faire Wert oberhalb des aktuellen Preises notiert. Und das bedeutet, ich kann im Endeffekt annehmen für das Unternehmen, was ich möchte, solange sie nicht meine Cash-Position negativ auffressen, dass ich hier eintragen kann, was ich möchte. Ich kann sagen, das Unternehmen wird zugrunde gehen mit 10% Minus pro Jahr des Umsatzes und einer Gewinnmarge von lediglich 1% und im KGV am Ende noch von 1% und der faire Wert liegt trotzdem oberhalb des aktuellen Preises. Ich kann aber auch sagen, das Unternehmen wird beispielsweise die nächsten 10 Jahre jeweils um 5% pro Jahr wachsen mit einer Gewinnmarge von ungefähr 6% und einem KGV am Ende von 4% und der faire Wert liegt deutlich oberhalb des aktuellen Preises. Alles in allem, ich mache mich dafür mal ein bisschen größer, kann ich das nur häufig genug sagen, macht eure eigenen Analysen, macht euren eigenen Research, kauft niemals ein Video, niemals eine Aktie, einfach nur auf Grundlage eines Videos. Ich für meinen Teil kann mich vertan haben in den Bilanzen, ich kann irgendwo was übersehen haben und dementsprechend kann die Aktie dann halt auch teurer sein beziehungsweise gar nicht unterbewertet, sondern möglicherweise sogar überbewertet sein. Das heißt, das liegt dann an euch, bitte nochmal das nachzuprüfen, das nochmal nachzuschauen und so weiter und so fort. Des Weiteren gehen natürlich trotzdem auch noch gewisse Risiken einher. Wir haben hier mit einem sehr, sehr kleinen Unternehmen zu tun und dort ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher gegeben, als bei sehr großen und internationalen Unternehmen, dass hier möglicherweise auch Bilanzfälschung vorliegt oder die Bilanzen in gewisser Weise unrechtmäßig geschönt worden sind. Des Weiteren, wir kaufen ja so gesehen auch nicht das gesamte Unternehmen wirklich, sondern es besteht immer die Gefahr, dass das Unternehmen sehr schlechtes Management in der Zeit kriegt oder das derzeitige Management sehr schlecht ist. Dadurch, dass das Unternehmen so klein ist und in Singapur ist und ich die Sprache dort leider nicht verstehen kann, habe ich auch keinerlei Möglichkeit, sozusagen nachzuforschen, wie ist der momentane Manager, wie verhält er sich. Die meisten Sachen, die ich halt finde, sind dann halt nicht in Englisch oder in Deutsch verfügbar und mehr Sprachen kann ich dort leider nicht und deswegen ist das manchmal auch dann sehr, sehr schwierig einzuschätzen und das ist halt auch irgendeine Stufe, wo man auch ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte. Vor allem ist der Mehrheitsaktionär die Hanwell Holding mit einer Stimmrecht von über 60 Prozent bedeutet, wir haben natürlich auch die Gefahr, dass wenn der Hauptaktionär dort ein sehr, sehr schlechter Manager ist und sehr schlechte Sachen für das Unternehmen entscheidet, das halt auch negative Auswirkungen aufs Unternehmen haben kann. Ich für meinen Teil muss gestehen, ich hätte die Aktie sehr gerne in meinem Portfolio gehabt, ich habe sogar mein Geld schon in Singapur Dollar umgetauscht und dann wird mir leider gesagt, ich kann nicht in Singapur handeln, ist vor allem auch deswegen schade, weil ich hier irgendwie 30 oder 40 Stunden in Research and Development reingesteckt habe und das Ganze jetzt leider nicht kaufen kann.